Wertbeitrag der deutschen Auslandsschulen Das ist die Deutsche Auslandsschule in Kopenhagen. Sie wurde 1575 gegründet und ist die älteste deutsche Auslandsschule. Wussten Sie, dass es mehr als 140 deutsche Auslandsschulen gibt? Weltweit in über 70 Ländern rund 20.000 deutsche und 60.000 nicht-deutsche Schülerinnen und Schüler lernen an den deutschen Auslandsschulen. Etwa 8.000 Lehrkräfte unterrichten dort, ein Viertel davon aus Deutschland. Freie, gemeinnützige Trägervereine gründen die Schulen und führen sie eigenverantwortlich. Bund und Länder fördern sie. Diese öffentlich-private Partnerschaft gilt als eine der ältesten und erfolgreichsten der Bundesrepublik. Die freien Träger erwirtschaften im Schnitt rund 70 Prozent der Schulhaushalte in Eigenverantwortung. Im Rahmen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik sollen die deutschen Auslandsschulen die Begegnung und den Austausch mit anderen Kulturen ermöglichen, die schulische Versorgung deutscher Kinder im Ausland gewährleisten den Studien- und Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und die deutsche Sprache fördern. Vom Kindergarten bis zum Abitur. Die Auslandsschulen sind mehr als nur Schule. Sie sind zentrale Anlaufstelle einer vielfältigen Schulgemeinschaft im Ausland. Sie bieten verschiedene Dienstleistungen an, damit im Ausland deutsche Schulbildung möglich wird. Von der Kantine bis zur Bibliothek. Die deutschen Auslandsschulen erfüllen also ganz unterschiedliche Aufgaben. Aber wie lässt sich erfassen, welchen Wert die Schulen für die Gesellschaft schaffen? Um diese Frage gemeinsam zu beantworten, hat der WDA mit der Universität St. Gallen eine Untersuchung zum gesellschaftlichen Wertbeitrag, dem sogenannten Public Value, der deutschen Auslandsschulen durchgeführt. Die Siemens-Stiftung hat das Projekt unterstützt. Die Studie betrachtet die Schulen nicht nur aus der Bildungsperspektive, sondern fragt auch, wie sie wirtschaftlich handeln, ob sie sozialen Zusammenhalt und Lebensqualität schaffen und wie sie mit moralischen Fragen umgehen. All diese Aspekte fließen in den Public Value ein. Für die Studie wurden Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, fördernden Stellen und Verbänden in Deutschland sowie Vorstände und Führungskräfte der Schulen weltweit befragt. Auf Basis der vielfältigen Meinungen und Erfahrungen der Befragten ist es möglich, ein ganzheitliches Bild der deutschen Auslandsschulen zu zeichnen. Der Public Value der Schulen umfasst demnach folgende Wertbeiträge. Bildung made in Germany. Ein Markenzeichen sind die deutschen Abschlüsse. Visitenkarte für Deutschland. Die Schulen sind Kultur- und Sprachbotschafter. Partner der Wirtschaft. Sie machen die deutschen Unternehmen international stark. Bezugspunkt für die deutsche Gemeinschaft. Die Schulen bieten ein Stück Heimat. Begegnung der Kulturen. Sie fördern die Völkerverständigung. Verlässliche Gemeinnützigkeit. Sie sind offen für alle Schichten. Deutsche Bildungsideale. Sie vermitteln Sprache, Kultur und Werte. Impulsgeber und Innovator. Für Deutschland und das Sitzland. Die einzelnen Wertbeiträge lassen sich nicht isoliert betrachten. Es kommt zu Überlagerungen und Spannungsfeldern. Zum Beispiel zwischen wirtschaftlichen und gemeinnützigen Zielen oder zwischen deutschen Abschlüssen und interkulturellem Austausch. Nicht immer gelingt es, einen Wertbeitrag zu leisten, ohne dass dies auf Kosten anderer Bereiche geht. So entsteht eine Art Radar, das den Schulen hilft, sich mit den Chancen und Risiken ihrer Arbeit auseinanderzusetzen. Damit können die Schulen die richtigen Maßnahmen und Strategien für die Zukunft entwickeln. Die Studie zum Wertbeitrag deutscher Auslandsschulen ermöglicht eine Standortbestimmung. Sie zeigt auf, wofür die Auslandsschulen stehen und welches Potenzial in ihnen steckt. Diskutieren Sie mit uns, was die Auslandsschulen wertvoll macht. Weltweit und für Deutschland. Seit Generationen und für künftige Generationen.